Angels are me, Angels are me Angels are me, Angels are me Angels are me Tag 1 Chiara Corbella Petrullo Das Geschenk des Lebens Hallo liebe Kinder! Wir alle lieben es, Weihnachtsgeschenke von unseren Eltern zu erhalten, nicht wahr? Aber ihr wisst, dass das wertvollste Geschenk, das wir jemals von unseren Eltern erhalten haben, ist das Geschenk des Lebens. Ja, unsere Heilige von heute, Chiara, sagt uns, dass das Leben das größte Geschenk ist. Mit unserer Freude empfingen uns unsere Eltern aus den Händen Gottes und mit großer Liebe kümmerten die sich um uns. Lasst uns heute Jesus für unsere Eltern danken, die uns das Leben geschenkt haben, und für alle lieben Menschen, die unser Leben schön machen. Lasst uns auch heute für jedes Kind im Mutterleib beten. Mögen seine Eltern es lieben und gut für es sorgen. Der Bibelfers für heute Johannes Kapitel 10 Vers 10 Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das Gebet für heute Mein Jesus, du bist mein Leben Die Aufgabe für heute Umarme deinen Vater und deine Mutter und gib ihnen einen liebevollen Kuss. Das Gebet für heute